Hallo und herzlich willkommen zurück Was ist das denn da für eine Tür? Hä? Scheiße Das war die Lagertür Nein! Oh, die hat sich sofort Die hat sich ein bisschen scheiße gestellt, leider Scheiße Und ich sehe gerade noch einen Fehler in meiner OBS Moment mal Ja, ich sehe den Fehler Es passiert eh gerade nichts, deswegen mache ich mal ein Bild aus bei euch Ja genau dieses Bild Äh Kann ich das irgendwie kopieren? Äh, kopieren Kann ich das hier einfügen? Und zufügen Äh, einfügen Verweis Ah Schön Ja Okay Das heißt, jetzt kann ich den Wirklich nicht Eigenschaften Ich kann ihn nicht deaktivieren irgendwie Äh, einstellen Schließen Hä, warum kann ich das nicht? Äh, einstellen Ja, ihr seht das alles gerade nicht Hotkeys Ich habe eigentlich ein Hotkey gezeigt Okay Hä? Warum funktioniert das nicht? Hä? Okay, Moment. Eigentlich sollte es funktionieren. Hä? Warum funktioniert das nicht? Äh. Ja, 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 bla, bla. Es. Sofort hier vorne. Es ist sofort hier vorne. Das heißt, ich kann eh nicht rausgehen. Das heißt, ich kann mir auch noch hier angucken. Ja, ich weiß, ich will dieses Dings haben, aber, äh, was habe ich denn hier eingestellt? Ja? Ja, der ist hier vorne. Ich kann da nichts machen. Ich kann nicht rausgehen. Ihr seht ja nichts, ne? Wir nehmen das hier, okay. Okay. Warum kann ich den Shortcut nicht öffnen? Also, eigentlich sollte er, sollte... Achso, das muss hier sein. Hä? Ne, das ist auch falsch. Irgendwas stimmt hier mit meinem OBS nicht. Oh, der war gerade weit entfernt, oder? Na, egal. Ich muss das mal gleich fixen, irgendwie. Kann ich eigentlich, äh, Steuerung, äh, Shift-S? So, ich warte jetzt noch einmal. Hm. Aber er geht weg, oder? Er geht doch weg. Ja. Ich hasse Lagerräume, ne? Die sind so scheiße. Du kannst nichts machen. Das ist schon wieder hier vorne. Ja, ich weiß, dass ich das Gerät brauche. Aber der Typ ist direkt vor meiner Tür. Kann ich schon nichts machen. Da kann ich nichts machen, dich. Ist schon wieder hier vorne. Mach den Soundtrick leiser. Könnte weiter entfernt sein. Und er eiert auch nur in unnäuer Gegend. Ja, du bist wieder vor mir. Er ist jetzt gerade um die Ecke gegangen. Ich finde das so geil irgendwie, ne? Dass er, dass das so gemacht ist. Dass du genau hörst, wenn er hier so kommt. Und dann hier weiter geht. Er geht jetzt in Richtung 108. Jetzt kommt er wieder zurück. Jetzt ist er hier. Jetzt ist er genau vor uns. Ja. Jetzt entfernt er sich. Er entfernt sich. Scheiße, man. Er kommt wieder zurück. Er ist jetzt. Ich bin gar nicht. Scheiße. Der Typ ist aber auch wirklich assi drauf. Ich höre nicht, ich kann nichts sagen, ich kann nur sagen, wenn ich was höre. 106 Hier waren wir schon drin, ne? Haben wir einen Schlüssel für 106? Ja, haben wir. Das heißt, wir sind wieder am Anfang. Wir sind wieder am Anfang. Wir sind wieder am Anfang. Natürlich ist er bei uns, aber wir können jetzt wieder was sehen. Oh, gut, ey. Vielleicht will ich doch nichts sehen. Geh doch nicht in die Richtung. Da muss ich doch hin. Oder? Oder? Ne, stimmt nicht. Ich muss in die andere Richtung. Hau mal ab. Hau mal schön weiter ab in die Richtung. Mach den Sound leiser. Mach den Sound leiser. Mach den Sound leiser. Hau mal ab. Oh, wir sind raus. Oh, wir sind raus. Ciao. Yes. Oh mein Gott. Endlich. 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 Da raus. Boah. Und wir haben in der gesamten Etage keinen scheiß Spiegel, Schlüssel und was auch immer gefunden. Ah. Oh. Das war zu gut. Alter Schwede. Boah. Was ein... Wat ein Akt. So, wir sind in 300. 300. Ähm. Wir hatten hier nicht so viel zu tun, ne? Ich glaube, hier war ja alles so relativ klein. Äh, wir hatten die 308, da mussten wir nochmal rein. Ja, genau. Hier. Weil, äh, hier habe ich noch nicht alles durchsucht. Und zwar den zweiten Tisch nicht. Okay. Auch nix drin leider. Den ersten auch nix, ne? Okay. 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 Okay, hier war nix. So, 309 war auch nix. Was hatten wir denn noch hier? Da ging's nicht weiter, oder? Oh, ne. Ich glaube, da ging's nicht weiter. Dann waren wir hier fertig. Also fürs erste. Genau. Wir konnten, äh, wir können ins zweite Schuss. Okay. Sehr gut. nicht. Okay. Der Aufzug ist nur geringfügig laut, übrigens. So. Zweiter Stock. Ah. Ja, wo waren wir hier? Wo waren wir nicht? Wir waren noch gar nicht hier, ne? Geh mal hier lang. Hier ist es zu dunkel. Hier kann ich nicht lang. Ist auch zu dunkel Ich kann ja noch nichts machen Ich muss in den ersten Stock Hey I'm here Down here I have no idea Wir haben keinen scheiß Stuhl Aber ist auch egal Denn Wisst ihr was wir haben Wir haben Einen Schlüssel Für diese Tür und für die Tür oben Das heißt Aber ich brauche das Gerät Ich brauche das Gerät Um Genau hier kann ich durch So und er kann ja nicht hier rein Ciao Da hat er mich wohl prediktet Dass ich den Weg gehen werde Tja Tschüss Ich habe keinen Bock auf dich Oh nein Das heißt er wird sich nicht in eine andere Ebene Begeben Oh fuck Wie sollen wir das denn machen Ich habe ja Ich habe jetzt keinen Bock Da nochmal in den ersten Floor zu gehen Vor allem der ist direkt Also die Treppen sind ja direkt beim Aufzug auch Das heißt er ist jetzt da Ich habe kein Glück dass er mich erwischt Will nicht Will nicht Und zählt ihm ist noch ein Raum Äh 116 Stimmt Aber wir waren eben Wir wurden eben erwischt Bei 118 117 121 Diese Endzahlen Das heißt da müsste auch irgendwo 116 Aber warum kann ich mich da hinkommen Oh scheiße Also wir müssen in den ersten Stopp zurück Toll Das heißt meine Folge wird heißen Endlich raus Und wieder rein Toll Na super Das heißt Das ist hier. Alter. Ja, ich glaube, die Folge wird doch anders heißen. Die heißt, äh, raus und wieder rein und wieder raus und wieder rein und wieder raus. Alter, der war direkt da vorne. Legt die doch am Wocker. Was soll ich denn machen? Ich komme gar nicht mehr ins erste Flur. Oh, der Typ barrikadiert, barrikadiert, äh, ja, das ist ein gutes Deutsch, äh, der verbarrikadiert da alles. Ich habe ja keine Chance. Das geht nicht. Yo, moin. Äh, habe ich gerade eine List, die wir gar nicht irgendwo bekommen? Moment. Mach mal das hier weg. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ja, ich überlege auch Parallel, was ich So, können die wieder was sehen? Ja, ne Kann ich denn das nicht Da unten kommt diese Meldung Moment Kann ich die irgendwie ausblenden? Shift-Tab Ah, okay, so geht's weg Ja, wollte ein Gewisser Freund Wollte da gerade meine Steam-Aufzeichnung Das geht ja mittlerweile alles Das geht schon lange, ne? Diese Steam-Aufzeichnung Da kannst du irgendwie so Quasi streamen Für deinen Freund Äh, ja Ist ein schlechter Zeitpunkt gerade Nimmt auch ein bisschen Das Horror-Feeling aus Aber hey Ja, ich muss wieder In den ersten Stock Wir gehen in den dritten Stock Und dann Hier waren wir noch nicht drin, oder? Aber das ist der nächste Raum Von der Hier waren die Spiegel drin Ein 301 waren die Spiegel Warum hab ich mir das denn hier Falsch aufgeschrieben? Okay Das heißt Ich hab mir hier 302 aufgeschrieben Ich mach dir jetzt einfach, bis er hier in 300 kommt Weil ich kann nicht in die erste Floor zurückgehen Das geht einfach nicht Das kann ich nicht machen Ach, dann ist das umgedreht Ich hatte bei 300 Wir waren in den 302 drin, oder? This way Jimmy Ich versuche den jetzt hier hinzulocken Wenn ihr merkt, dass ich nicht mehr im 300 Äh, im 100er bin Sondern im 300er Kommt er vielleicht nach oben Und ich bin super nah am Aufzug Also ich muss zwei Ecken laufen Und dann bin ich durch Er ist hier Ich hab es gehört So ein Dong Er ist Er kommt jetzt Achtung Achtung Er ist hier Aber dieses Alter Dieses Züchen hier Das ist ja mega Asi Ich hab es hier Ich hab es hier Ich hab es hier Ich hab es hier Oh mein Gott! Alter, hab ich mich verjagt. Ja, wir sind am Arsch. Wir sind am Arsch! Wir sind tot. Ich komm nicht hin! Oh, er geht aber raus! Er ist draußen! Er ist nicht drin geblieben. Warte zuerst, bis du in Sicherheit bist. Ja, ich bin in Sicherheit. Ja. Okay. Jetzt ist nur das Problem rauszukommen. Jetzt ist das Problem rauszukommen. Er ist sofort hier vorne wieder. Er ist sofort wieder hier. Das Problem ist, dieser Ort ist auch nicht so groß. Ich glaube, er wird uns wieder erwischen. Das war weit entfernt, ne? Mach die Musik mal leise. Das war weit entfernt, ne? Ja? Ja? Können nicht. Das war schön. Kurz. Ich hätte wahrscheinlich schon längst fliegen können, ne? Aber ich bin da zu unsicher. Ich habe übrigens auch die ganze Zeit D gedrückt, ne? Für Sound drunter zu haben. Das ist so assi mit dem Wind. Hm. Ich würde gerne rausgehen. Ich höre gar nichts. Er sagt auch nichts. Ich höre gar nichts. Hä? Da. Ich habe es gehört. Da ist er wieder. Okay, er war also tatsächlich weg. Oder er hat sich versteckt. Aber das kann man ja nicht wissen, ne? Ja, er ist hier. Er ist hier vorne. Der kleine Jimmy. Und ich werde mich nicht erschrecken, hoffentlich. Wie er wieder so komisch rumlacht oder was auch immer er macht. Der Jimmy. Jimmy. Hello. Wenn du was smellst, das mache ich. Sorry. Tut mir leid. Ich lasse es ja sein. Ist ja gut. Alter. Dieser Typ. Hilfe. 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 Oh mein Gott. Wisst ihr, wie wir es machen? Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ich werde dann wahrscheinlich im Aufzug sein. Weil hier oben werde ich nichts mehr machen. Ich werde einfach zum Aufzug latschen, wenn die Gelegenheit sich ergibt. Wenn ich erwischt werde, dann versuche ich natürlich so schnell wie möglich die Aufnahme zu starten. Damit das auch protokolliert wird. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.